moin moin liebe zocker hier ist mal wieder der griff für euch was geht ja und spiel jetzt hier noch mal eine kleine runde der satz zwei kotz mit der rasse keiner rasse nämlich eigentlich zufall habe ich jetzt gerade ausgewählt erstmal mal gucken was ich werde wir spielen hier gegen einen zergant heraner und ein auch ein zufall spieler gegen garion gegen fritz und gegen finn und dann wollen wir mal schauen was ich jetzt hier werde und dann werde ich mal gucken was ich dann baue ich habe jetzt hier noch keine taktik überlegt aber wird schon irgendwas lustiges werden gehe ich mal von aus wo sind kommt auch gleich schon rum und dann wird gleich schon der nächste leistung gestartet mal gucken was er für eine konsole diesmal zocken werden sind falls auch was von game das ist noch unklar und wenn das 10 meter hdmi kabel endlich da ist dann können wir auch richtig schön magical livestream das wird auch richtig geil werden da freue ich mich auch schon drauf oh jetzt geht's los so und jetzt könnt ihr gespannt sein dass der agri hier vor euch kredenzen wird mal schauen aber nun aber nun geht's los los rotos bin ich also ich muss erstmal ich bin gas auf jeden fall und dann werden wir erst mal mit starten wir mal mal überlegen man könnte natürlich mal massive centris und dann nur mal zieloten raushauen ich glaube das mache ich mal ich doch das wurde sich auch vor ein paar tagen mal gewünscht dass ich mir mal hier richtig fett zielo äh zentris hole und dann immer als hallozinationen halt die schöne karten der serker mir hole so mehr schaffe ich jetzt nicht vier ist das maximum oha rechter schild mal gucken ob ich halluzination auch noch kriege ach das wurde leider nie die scheiß ficher kam da zu schnell leider gottes so ein rot aber egal deswegen ich kann es mir ja gleich nochmal holen wenn jetzt hier mal die gegner ein paar bessere einheiten bauen da kann ich auch wieder aussuchen was für eine allozination dann gebaut wird aber es sieht doch gut aus wir kommen voran und jetzt haben wir halten wir vielleicht auch die mittellinie ja das sieht gut aus jetzt kann ich es mir auf jeden fall holen jetzt kann ich selbst entscheiden was ich mir kriege gönne so cz ist der hotkey dafür so jetzt kommen wir zuerst mal einige zieloten so traumhaft haha oh er hat schon einen scannen frechheit das sieht trotzdem was ha das ist schön die werden hier schön geblockt normal da kommen wir schon die nächsten refa wieder traume Und nochmal mehr, 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 mehr. Wir wollen mehr, 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 mehr. So, und noch einen Celoten. Äh, noch einen Zentri, meine ich. Oh, jetzt kann ich es mir wieder nicht selber auswählen. Stattdä, stattdä. Wenn die Zieloten anfangen zu koten, dann wird es ganz ekelhaft. Ob das was wird? Ich denke, er nirrt. Nein, das war ein Satz mit nix. Das war wohl nix. Leider nicht. Leider nein, leider nicht. Leider gar nicht. Mal schauen, vielleicht klappt das mit der nächsten Welle. Vielleicht sollte ich auch mal einen Untersabbild dazu holen. Vielleicht noch mal den Chor. Das Chorchen. Der Hardcore-Kurah. So. Nächste Welle. Gucken wir, das könnte man nicht irgendwas anderes nehmen, aber wir wollten jetzt die Loten eigentlich nehmen. Oh, da ist jetzt alles dabei. Plus Choros auch. Oh, stimmt. Vielleicht das Schild. Einen Angriffslabgut noch dazu holen. Oha. Oha. Das war nichts. Oh, Fritz. Fritz Bremster-Spiegel. Na, Fritz hier. Das geht aber nicht. Sonst, wir uns einmal nochmal das gute Mutterschieftchen dazu. Den Kern. Einen alten Eumel. So, und. Na, da, ich glaube mal hier welche rein. Und dann immer so ein bisschen versetzt wieder. Und vielleicht noch ein Schild-Upgrade. Könnte man sich gönnen. Ja, gucken wir uns dazu. Jetzt erstmal Schild-Update. Äh, Upgrade meine ich. Nicht Update. Upgraden. Gucken wir das ja hier. Ja, noch mehr Zentris. Meinst du? Er ist ein bisschen ironisch hier. Okay. Machen wir. Machen wir, machen wir. Ja, die werden erst gut, wenn es richtig, wenn es eine richtige Masse ergibt. Die werden, die werden da schon noch rausreißen. Die sind die Zentrische. Ich bin davon, von komplett überzeugt. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, mmh. Ganz sicher nicht. Ach, wird schon passen. Wird schon passen. So, jetzt kommen wir uns jetzt mal dazu. Vielleicht im Mortals-Niveau ist. So. So, jetzt haben wir hier fast die ersten drei Abgräts. Jetzt haben wir auf jeden Fall jetzt Schild, Bodenwaffen und Bodentanzpum. Hey, und wir flexen es weg. Ja. Richtig nice, lecker, flexed. So. Können wir direkt uns noch mehr holen. Noch mehr Zentris. Traumhaft. Das sieht doch gut aus. Einen kriegen wir noch. So. Wieder alle anwählen. Und jetzt gleich wieder CZ. So. Oha. Die laufen sogar seitlich dran vorbei. Oh, die werden aber auch relativ schnell weggeflext. Die scheiß Kolosse. Gar nicht mal verkehrt, ne? Schon wunder. Ja. Der Korr hat sogar auch schon ein Kill. Oh mein Gott. Er ist ein super Korr. Tor. Das ist halt die Schnisch gedacht. Dieser Korr ist total schlecht. Dieser ist einfach mega schlecht. Der Schuss ist auch total schlecht. Einfach ein richtiger Kackkorr. Kackkorr. Ein Kackkorr. Richtiger Kackkorr. So. Haben wir da alle erwischt? Uh. Oha. Jetzt muss ich mir doch noch ein Ops holen. Ops. Mal. Das wäre schon schlecht. Oha. Kolosse muss ich aber hier wenigstens wegbraten noch, ja? Okay, ne. Ich muss erstmal ein Ops mehr holen. Kann ich noch gar nicht. Also muss ich mir erstmal das nächste Upgrade to Tier 2 gönnen. Sonst wird das nämlich nichts mit dem Opsen. Mit dem alten Opsen. Aber er hat ja sogar nur Wachter schon dabei. Okay. 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 Ja gut, nach der Zeit nach 13 Minuten sollte man das natürlich auch haben. Das ist schon nicht verkehrt. Ich mache jetzt sogar schon Doppelgast. Ich mache jetzt sogar schon Doppelgast. Aber ich glaube, ich werde mir auch mal gleich echte Kolosse dazu holen. Vielleicht noch. Ja, das machen wir jetzt gleich erstmal. Ich hole mir jetzt erstmal doch noch das. Warte ich jetzt hier noch ein bisschen, damit ich... Ich hole mir jetzt erstmal noch einen Observer. So. Jetzt hole mir das Gas noch dazu und dann hole ich mir gleich richtig schön viele Kolosse noch dazu. Ist ja nicht verkehrt, ne? Ist ja nicht verkehrt, ne? So ein paar nette Kolosse dabei zu haben. Oder ich hole mir Phasen weiter. Das kann natürlich auch... Ne, ich hole mir lieber Phasen weiter, glaube ich. Obwohl, ich hole mir schon mal einen Becher. Obwohl, das wäre schon schlecht. Oha, jetzt kommt natürlich auch eine Masse und... Die Centris-Pulvern hier noch keine Halluzination. Oha, das ist natürlich immer scheiße dann. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oha, oha. Ja, ja. Die ist nicht... Nicht so schön. So, dafür benötige ich ja noch das nächste Upgrade. Jetzt Kolosse zu holen. Oder ich hole mir lieber... ...ein Sterbliche sowas dazu. Eine Batterie. Sterbliche sind natürlich nice. Ich weiß es noch nicht, oder? Ich hole mir... ...erst mal... Ich baue erstmal die Linie hier noch fertig. Und dann hole ich mir welche. Vielleicht fehlt das dann auch nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber wird sich zeigen. Oha. Ah, die flexen doch schon ganz gut. Ah, schön. Da sind sie jetzt, ja. Da sind sie ja, meine Freunde der Sonne. Kleine Arschhörner. Die Arschhörner sind zwar nur... Hallo, Arschhörner. Aber... ...das ist in Ordnung. Hauptsache, sie blocken die Gegner. ...und lecken sie ab von ihren eigentlichen Zielen. Das ist ja die Aufgabe der Abzination. Na schön, da ist auch schon der erste Tank. Der macht richtig schön Damage. Das ist nice. So, wenn wir jetzt die Batterie hier fertig haben. Dann gibt es auf jeden Fall erstmal... ...entweder Unsterbliche oder Kolosse dazu. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht kann ich jetzt hier... Ah, ich kann sogar die hier selber auswählen. So. Haha. Wir haben auch eine schöne Masse hier. Ach, Träger. Doch. Aber auch nicht. Traumhaft. Traumhaft Scheiße. Die verbaut auch nur Kolosse und Träger, ja. Kann man ja mal machen, ne. Nicht. Das ist Fail. Kleine Masse sind die geil, aber... ...vereinzelnd rocken die immer mal gar nicht, ne. Teil die Kacknob-Einheiten dann in die Vereins zu kommen. So, meine Batterie ist hier auf jeden Fall gleich fertig. Einer noch hin. Und jetzt... ...und dann auch gleich stärkere Einheiten dazu. Wenn wir es überhaupt noch brauchen, ne. Wahrscheinlich ja nicht. Der Fynn. Der Fynn. Fynn, Fynn. Fynn, Fynn. Kennt ihr das? Es gab früher so einen sprechenden Delfin, der hieß Fynn, Fynn. Ist ja fertig. So, das war es schon. Ja, oh. Oh, voll. Ne, meine. Die werden das regeln hier. Die Zentris. Alter, Alter, Falter. Da ist viel Energiepäldchen hier. Oh, ey. Kein Schaden, ne. So. Aber jetzt... Oh, ich glaube, ich will mir lieber Immortals dazu. Die sind nicht so teuer und hauen gut rein. Zwei Stück konnte ich mir das jetzt gönnen. Ich glaube, ich will mir jetzt einfach mal Fake... Fake Immortals noch. Hahaha. So. Traumhaft. Das ist schön. Das gefällt mir. Jetzt kommt es doch langsam wieder auf unsere Seite. Die alten Kanalratten. Das geht aber nicht. Bleibt auf eurer Seite. Ich wollte doch jetzt eigentlich gewinnen. Eigentlich. Eigentlich, ja. So, dann noch Immortal hin. Jetzt gibt es Immortal Kombat. So, lieber kleine Einheiten holen. Oder mal Lufteinheiten. Wäre auch lustig. Oha. Oha. Das sieht schon wieder übel aus. Nein, Stürme rocken natürlich jetzt richtig. Und natürlich auch die Lufteinheiten, die die da haben. Die Gegner. Die Gegneristen. Gut, dass hier Resident viele Phönixer hat. Die sind schon sehr nice gegen Kolossenträger. Und Brutlörtchens. Hat er die optimalen Mischungen. Vielleicht mal ein Angriffs-Upgrade mal dazunehmen. So, ein Angriffs-Upgrade noch. Oha. Ja, das lief auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er sich ja auch noch... Fien, Fien, Fien hat sich auch noch ganz viele Flugeinheiten dazugeholt. Fien, Fien. Das wäre eine sehr gute Idee, dass du das gemacht hast. Bist du ein guter Steil-Crypt-Arcade-Spieler. Fien, Fien. Fien, Fien. Das machst du so gut. Fien, Fien. Fien, 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 der Delfin. Das Fiech sah auch aus. Nämlich wie so ein Mischung aus Vogel und Delfin. Und hieß dann halt, wie gesagt, Fien, Fien. Traumhaft. Ein traumhafter Name für ein traumhaftes Wesen. Delfin, Fien. Ihr habt nicht gelügt, General. Delfin, Fien, 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 Fien. Schön. Haha. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Kohle. Das ist scheiße. Aber jetzt geht es wieder schön voran. Und jetzt gönne ich mir vielleicht mal auch L-Luft-Einheiten. Nein, jetzt holen wir uns doch Kohle. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Kühlerse. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Die sind immer nice. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ja, aber gleich. So, jetzt haben wir erstmal das Upgrade. Warum weißt man das Upgrade aus? Das ist schon Tier 3. Und ich bin auch die fette Klopper holen kann, ne? Langsame Zeit. So, da läuft meine Welle schon wieder. So, wir setzen uns jetzt hier mal für Halluzinationen. Storkristen vielleicht. So, unbeilustig. Eigentlich mal. Ganz viel Grönchen. Oha. Sieht aber gut aus. Ich denke, ich darf derjenige sein, der vielleicht das Gebäude sogar wegflext hier. Und? Die stehen einfach nur da hinten, die Einheiten, oder was? Wie geil ist das denn? Na? War es das jetzt schon? Jo. GG. Wuhu. Ha. Weggefindfind. Tschüss, Findfind. Traumhaft. Das war ja sehr schön. Sehr schön. Fallen. Sehr, sehr gut. So, guck mal noch kurz auf Punktuersicht. Fritz hat ist auf Platz 1. Und. GHB. Pilz. Ist auf Platz 2. Und der Resident auf 3. Und ich bin auf 4. Und Fien, Fien ist auf Platz 5. Das passt ja zu Fien, Fien. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Agri. See you. Und viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch.